Wie sieht es aus bei den Indizes? Gar nicht so schlecht beim DAX aktuell, denn wir sind auf dem Weg nach oben, jetzt zwar gerade so ein bisschen wieder runter, aber in einer, wie ich finde, schönen Art und Weise, denn das, was wir hier sehen, das ist jetzt hier beim Index beispielsweise, das ist etwas, was ich klassischerweise eine Korrektur, da hatten wir schon gestern drüber gesprochen, anschließende Fortsetzung, vielleicht jetzt die vierte Welle, so sieht es aus, und wenn er das triggert, dann kommt sicherlich noch die fünfte Welle hinten dran. Vorsichtig, die ist nicht mehr ganz so lang, wie das, was wir vorher hatten, die fünfte Welle orientiert sich so ein bisschen an dieser Länge, das ist natürlich nur so eine Größenordnung, bitte nicht jetzt immer für 1 zu 1 nehmen, aber so eine Größe, damit man mal ungefähr weiß, mit was man rechnen muss, dann hätten wir eigentlich einen schönen Fünfweller. Hm, was käme denn dann? Naja, idealerweise wieder eine Korrektur, quasi das, was wir hier im Kleinen hatten, käme dann hier das, was wir hier im Großen haben, und das wiederum wäre ein Trigger für die Long-Seite. Also, gar nicht mal so schlecht, was der DAX aktuell zeichnet, aber dafür ist es wichtig, dass wir idealerweise über der Marke bleiben, das machen wir mal ganz kurz dingfest, hier beim DAX-Index ist es so, dass die Marke bei, wo haben wir sie? Das Zwischenhoch, ich würde mal dieses hier nehmen, das würde theoretisch auch gehen, aber da gibt es so ein bisschen verschiedene Varianten, wie man das lesen kann, aber ich sage mal ungefähr, wenn wir nicht mehr unter diese Marke fallen, so vom 27. so um die Mittagszeit, 13.840, so ganz grob, solange wir da oberhalb bleiben, idealerweise sogar gar nicht mehr sogar in die Nähe kommen dieser Geschichte, und denkt immer dran, auch hier gelten sowas wie Symmetrien, also wenn ihr hier so eine erste Bewegung habt und dann sowas, also ich würde mir idealerweise vorstellen, dass wir nicht mehr unter die 13.900 großartig runtergehen, in die Nähe ist schon in Ordnung, also es darf ja ungefähr gleiche Größe haben, wie das, was wir hier haben, mal gucken, zu was uns das führt, das würde uns ebenfalls auf dieses Niveau bringen, also abwärts wäre da noch nicht mal schädlich, wenn es noch ein bisschen tiefer geht, aber idealerweise, wie gesagt, die 13.900 nicht mehr großartig verlassen und auf keinen Fall die 850 hier jetzt nochmal dann penetrieren wieder, wenn das der Fall ist, dann haben wir eine ganz gute Chance, dass das in die Richtung geht, also vielleicht Mutige hier nach dem Long suchen, nach dem Long-Einstieg suchen, so ungefähr in diesem Bereich, vielleicht auf einer kleineren Zeitebene, wenn sich das da bestätigt, ansonsten, das wäre natürlich nochmal etwas, um die Fortsetzung auch über das letzte Hoch, was wir hier ja hatten, wann war es? 28.11. Also, dass wir da drüber nochmal dann gehen, ja. Dann allerdings die nächste größere Korrektur irgendwann, ich mache es bewusst, nicht jetzt exakt an der Stelle, wo die jetzt genau loslegt, das weiß ich auch nicht, meine serischen Fähigkeiten sind beschränkt, aber trotz alledem, das wäre etwas, was wieder typisch ist und dann wiederum dafür sorgt, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C anschließend, wenn wir hier getriggert werden, an dieser Stelle, da auf diesem Niveau, diesem Zwischenniveau, wo auch immer das dann exakt liegen wird, würde uns Chancen für nach oben eben noch eröffnen. Also, vielleicht gar nicht so schlecht. Wie sieht es in Amerika aus? Auch da ist es aktuell, naja, Minute müssen wir jetzt hier in diesem Video nicht unbedingt gucken, aktuell noch nicht so wirklich der Burner, was die Aufwärtsbewegung angeht. Ich will mal eher auf den S&P und den Nasdaq schauen, denn wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich, wir sind in einer Aufwärtsbewegung. Super! Aber diese Aufwärtsbewegung ist korrektiv. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber das ist eine Aufwärtsbewegung mit so vielen Rücksetzern, die alle da überschneiden, das ist nicht Lieblingsrichtung. Nicht typischerweise das, was sich die Marktteilnehmer am liebsten vornehmen, wenn sie ganz klare Meinung haben, wir wollen jetzt einkaufen. Im Gegenteil, wir haben jetzt ja hier im kurzen Ende, ihr seht das hier, das hintere Teilstück ist relativ steil nach unten. Hier würde ich jetzt sogar sagen, wenn wir irgendwie wackelig hochkommen, bessere Chancen sind nach unten, dann hätten wir auch irgendwann Trendkanalausbruch, dann haben wir irgendwann diesen Bruch und dann ist auch ganz schnell diese Marke und noch tiefer dann wieder möglich. Also ihr seht, da ist noch ein bisschen Platz da. Ihr seht es ja auch im Übergeordneten, da sind wir ja, was den S&P und den Nasdaq angeht, auf jeden Fall eher noch auf der Abwärtsseite unterwegs. Das unterscheidet sich vom Dow Jones, ich springe jetzt mal so hin und her, da weiß ich es noch nicht so richtig. Insgesamt, wenn man hier im 4-Stunden-Chart guckt, ist es ja auch noch nicht so richtig, der Burnader-Anstieg. Also ich glaube nicht, dass der jetzt wie wild explodiert und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie kann dann der DAX, der DAX macht doch immer das, was der Markt in Amerika macht. Das stimmt erstens mal so nicht, guckt euch mal hier den Rücksetzer an und dann guckt euch mal hier den, nein da nicht, sondern hier den Rücksetzer an. Dann seht ihr schon, dass das deutlich tiefer ist, was der Kurs hier eben gekonnt hat und wir durchaus auch mal mit abweichenden Bewegungen rechnen können und müssen. Und all das Long-Szenario, was ich beim DAX hier gezeichnet habe, ist natürlich in Abhängigkeit an diese Markenbrüche, die ich jetzt hier eingezeichnet habe. Also ein bisschen uneinheitliches Bild, sowieso auch in Amerika zwischen Nasdaq und Dow Jones. Die Tech-Titel sind im Moment ganz schön angeschlagen, scheint es und dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass die Bilder da ein bisschen unterschiedlich sind. So richtig Spaß an der Sache hat man eigentlich nur in der Einzelbetrachtung der Gesamtmarkt ganz schön zerrissen und deshalb macht es so wie ich, zeichnet da ein bisschen rein. Dann habt ihr eine grobe Idee, an welchen Stellen man was machen kann. Das soll mal die Idee für diesen Moment gewesen sein. Euch erstmal alles Gute, wenn es wieder was Konkretes gibt, dann werde ich mich melden. Entweder mal mit dem Trade des Tages Vorschlag oder aber natürlich in Born for Trading ja sowieso. Also dann kriegt ihr da die Infos direkt zugespielt. Ansonsten euch viel Spaß bei der eigenen Auswahl, bei dem eigenen Finden von super Trading-Situationen. Euch alles Gute und liebe Grüße.